WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das Thema Alor Und mit meinen Käsel in den Herzen Das Thema Alor So, dann lesen ich mal die Jester Vierdose Ja, jetzt! Jetzt! Jetzt, 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 jetzt! Jetzt, 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 jetzt! Ganz gemütlich auf unserer Nahrung, wie wir angehören Von Körpers, von Ken Layton Ja, ganz laut, der ist noch schaffig, schaffig Mariusz Ja, super, super So, müsste reichen zum Kennenlernen, oder? Jetzt wisst ihr, was wir machen, Jungs. Jetzt hat er eine Hilfe geschrieben. Warum? Ist doch alles gut. Dieses Dauer ist alles gut geprüft. Aber das ist ja auch mein Auto. Und ihr wisst ihr, das könnte man bis nach dem Fall auch noch machen. Besonders in die Gäden bin ich eigentlich nicht, weil die wurden ich da vorbei, wo du bist grüßing wird. Jetzt! Jetzt! Ist doch mal! Ist doch mal! Wir können schon gar nicht mehr, oder? Wir sind völlig am Ende, oder? Oder geht noch mehr? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! und ein letztes Mal schön besser jetzt, jetzt kommen Sie jetzt 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 Alles klar, dann trete ich noch aufs Bremspedal, da haben wir es wieder gemacht, da haben wir es wieder geschafft, Maschine, Maschine, doch, 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 alles klar, meine, habt ihr gut gemacht. Bitte warten, bis du bist der Anhalt, bitte warten, Vorsicht, warten, noch dreht sich das Ganze ein bisschen. Jetzt könnt ihr einsteigen, neue Reise, neue Form von Bonkani.